Ach was, wie geil! Ich kann ein Pferd! Los, Horst! Renne! Renne, mein Horst! Kann ich euch irgendwie umbringen? Das bringt ja gar nichts. Da bin ich wieder und ich hab wieder ein tolles Simulator-Game für euch rausgesucht. Und zwar... Eigentlich ist es ein Hirsch, aber sagen wir mal, der Re-Simulator. Und was ich ganz tolles gesehen hab und da ich in Australien bin und meinen Beagle sehr vermisse, das erinnert mich sehr an meinen Beagle, denn wenn es Essen gibt, macht er den Hals genauso lang. Oh, das ist Hilfe! Hilfe! Ich kann euch sagen, das Spiel kann jetzt schon einfach nur geil werden. Okay, Leute, starten wir. Ich bin gespannt. Und los geht's. Geh fertig schon mal. Huf nach oben! Oh, süß! Was kann ich denn überhaupt machen? Okay, ich kann richtig boxen. Aber ich würde sagen... Oh, was war denn das? Ihh, wie gruselig ist denn das? Das kann ich denn machen? Oh mein Gott! Hey, Digga, geh mal pumpen heute. Wiggeln? Ach, da kann ich jemanden aufmucken, oder wie? Hey, Kollege! Kann ich jetzt jemanden... Oh, das wollte ich jetzt aber nicht. Voll den Booty! Ich hab voll den Arsch gekriegt! Okay, alles klar. Nein, au! Hä? Was ist denn das für eine kranke Kacke? Ich möchte meinen Necki stretchen. Oh, ich bin tot. Wiggle, wiggle, wiggle. Oh, was war denn das? Wie hab ich denn jetzt das... Hä? Ah, okay. Äh, what the... Okay, ich glaub, ich hab das Spiel verstanden. Jetzt gehen wir doch erstmal zu der Riesenkuh. Die find ich ja immer richtig sympathisch. Leute, ich wusste schon immer. Und das ist keine Platz für mich, dass Gott eine Kuh muss. Lass mich in Ruhe! Was mach ich denn überhaupt? Ich hab überhaupt keine Ahnung, was? Cow-A-Battle. Hä? Ich hab nicht aufgepasst. Kennt ihr das? Das ist wie in der Schule. Dann sagt der Lehrer Lostest und du denkst dir so, was? Ich hab keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Was versuchen wir hier überhaupt? Versuchen wir irgendwie drei in eine gleiche Reihe zu bekommen? Bewegen sich ja die Dinger. Oh, jetzt. Das war, glaub ich, ganz gut. Ich spiele gerade mit einer Kuh Schach, möchte ich hier mal anmerken. Ich glaub, das war's, oder? Hab ich gewonnen? Cow wins. Versteh ich nicht. Dummes Spiel. Weg hier. Okay, wir gehen mal weiter. Oh, ich muss aufs Klau. Okay, Leute. Wo finden wir jemanden? Den wir vielleicht ein bisschen quälen können. Kann ich nicht ein tolles Geräusch machen? Die machen doch irgendwie... Kann ich das nicht irgendwie machen? Mal gucken, was der macht, wenn eine freundliche Kuh auf ihn zukommt. Ich bin keine Kuh. Tut mir leid, ich bin ein Hirsch. Say hi. Was? Ich kann mit ihm reden? Oh. Oh mein Gott, wie geil. Right? Was? 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 Lass uns das nochmal machen. Äh. Ach, ich kann fahren. Das ist für eine Scheiße. Das ist ja GTA mit nur Kuh. Oh, nicht GTA. Ey, der will das Auto haben. Das ist ja GTA... Oh, shit. GTA dir. Hilfe! Aua! Ach was, wie geil. Ich kann entfernen. Los, Hochs. Renne. Renne, mein Hochs. Oh mein Gott, Leute. Die machen alle den Naruto-Ring. Wie dumm ist das denn? Warum läuft der mir jetzt hinterher? Ach, weil du einer von mir bist. Der macht den Naruto-Run. Mach nochmal. Wie geil. Der macht den Naruto-Run. Komm, wir beide zusammen. Was liegt denn da oben, bitteschön? Was ist denn das für eine kranke Scheiße hier eigentlich? Was kann ich eigentlich mit dem noch machen? Under Deer? Dance? Oh, warte, wir können dancen. Moment, das muss ich mir... Sorry. Sorry, Pferdchen. Das tut mir ganz leid. Nein. Au. Nein, mein Hochs. Nein, er hat mein Pferd überfahren. Ich nenne dich Jeffrey. Hast du ein krankes Spiel? Hey, hör auf, mein Pferd zu punchen. Du, bei dir hackt's. Oh mein Gott, wir machen Capoeira. Oh, Barney, du musst jetzt geile Musik einfügen. Bitte. Der bringt mein Pferd irgendwo mal so. Was passiert, wenn mein Pferd tot ist? Kannst du bitte aufhören? Under Deer? Oh, okay. Nein, ich möchte... Nein, ich möchte, dass du ein Under Deer... Jetzt ist er kein Deer mehr. Egal, Horst, ich halbe dich. Das reicht mir. Okay, los geht's. Was liegt denn da oben? Da oben fliegt Dombo! Under! Derbe! Da hinten ist noch jemand. Das sind so viele. Möchtest du Under Deer sein? Ich mache immer ganz viele Deer. Guck mal, das sind alles Deerys. Das sind alles meine Freunde. Kann ich den auch irgendwie? Kann ich den punchen? Oh, das wollte ich jetzt nicht. Kann ich euch irgendwie umbringen? Das bringt ja gar nichts. Ja, nein, die Polizei kommt jetzt. Oh nein, Schafe! Die R2! Schieb Level 1! Das ist ja voll GTA! Wie geil! Die Polizei ist da! Lauf, Leute! Wir sind voll die Gangster! Da hinten sind die Schafe! Die können wir gar nicht ernst nehmen! Hilfe! Hilfe! Kann ich irgendwas mit den Kühen machen? Kann ich... Die haben eine VR-Brille an! Die rennen meinen Homies hinterher. Ja, das ist sehr gut. Dafür habe ich die ja. Ach, die verprügeln die Polizei! Dann sind wir jetzt ja Desaster Level. Meine Gott, meine Homies gehen ja richtig ab, ne? Hilfe! Nein! Aua! Los, Leute, helft mir! Nein, es kommen immer mehr! Ich wollte doch zu den VR-Kühen gehen. Oh, da ist ja noch ein... Oh, da ist ein großes Horse. Warte mal, kann ich das... Ey, meine Leute zerstören einfach alles. So, look at my horse. My horse is amazing. So, jetzt erst mal weg hier. Oh, du kannst sogar bei Wasser laufen. Du bist ein Unicorn. So, hoch da. Oh, da hinten ist noch was. Kann ich da hin? Sorry, die Area ist erheb... Hä? Was macht der denn? Ach so, witzig. Okay, da geht's nicht lang. Komm, wie gestört der da hinterher kommt, ey. Oh, ein Riesen-Koala! Oh, ein Riesen-Koala! You have defeated the cops. Hab überhaupt nichts gemacht. Das ist einfach der geisteskrankeste... Was? Oh, oh. Oh nein, das ist der Polar-Bär! Das wird immer lächerlicher. Ja, ich glaube, ich möchte mal sehen, was passiert, wenn wir den Rang immer mehr steigern und es immer schlimmer wird. Warte, ich brauche hier noch ein paar Under-Deerys. Los, wir übernehmen die Stadt! Nein, Hilfe, da ist der Bär, der greift mich an. Wir übernehmen die Stadt, Leute. Los, macht sie alle platt, Leute. Macht sie alle platt. Was passiert da eigentlich gerade für eine kranke Kacke? Hilfe! Oh, oh. Hilfe, Hilfe, häng mir! Warum hab ich dich am Arm? Das wollte ich gar nicht. Komm einfach mit. Los, schnell, Hilfe! Komm, die Polizei hat schon Rang 10. Die schaffen wir doch. Macht sie platt. Tönt sie alle! Hier, du bist auch ein Under-Deary. Ich bin gleich tot. Ich bin weg. Hilfe! Oh, shit. Was passiert in dem Grab? Oh, mein Gott. Oh, eine Waffe. Das Spiel wird ja immer besser, Leute. So, wo war der Koala nochmal? Ich hab komplett die Orientierung verloren da oben. Jetzt machen wir erstmal ganz viele Menschen zu unseren. Ey, Leute, könnt ihr mal aufpassen. Meine Crew und ich. Ja, Leute, heute werden wir die Weltherrschaft an uns reißen. So, wir sollen sagen, dass ich den hier abknall. Dann müsste eigentlich die Polizei kommen. Irgendwie macht mir das Spiel ein bisschen Angst. Oh, mein fucking Gott. Das mach ich jetzt nicht mehr. Ich bin richtig erschrocken. Das ist voll gruselig, ey. Das war voll creepy. Los, Leute. Oh, scheiße. Okay. Das beste Spiel 2020 ist doch das. So geil. Hier, du, 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 du. Komm zu uns. Komm zu uns. Bitte, schnell. So, sehr gut. Du auch. Du auch. Ich brauch jetzt ganz viele Leute. Oh, shit. What? Es geht ja direkt weiter. Ich brauch vielleicht mal eine Waffe, wenn es geht. Du kommst noch zu uns. Du bist dein Abonnent. Los, Leute. Kämpf es. Oh, hä? Hilfe. Ich steck fest. So, hier kann mich keiner kriegen. Das ist gut. Leute, macht das super. Okay, Leute. Desaster Level 10. Los. Ich will, das ist Kraft hier. Hier. Das machen wir auch platt. Los. Oh, das kommt jetzt. Ein Gangster Rabbit. Oh, Earwalker Level 3. Ist das geil. Los. Los, los, los. Ich brauch noch auch eine geile Waffe, Leute. Ich hab keine gute Waffe. Ich hab keine gute Waffe. Oh, das ist eine Uzi. Gib mir die Uzi. F***, der ist der Hase. Hilf. Gib mir. Ich will es equippen. Leute, tötet, tötet, tötet den Hase. Der ist nur auf mich aus. Hilfe. Oh mein Gott, ey. Bloß nicht den Koala verärgern, Leute. Da, die will ich haben. Da, da. Equip. Wieso kann ich nicht schießen? Halt. Wo kann ich schießen? Ich bin gleich tot. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ich bin gleich tot. Leute, ihr müsst die umbringen. Ihr müsst die umbringen. Ja, sehr gut. Boah, Leute. Wir sind übelste Gangster. Hier, bringt den Bären um. Bringt doch den verdammten Bären um. Ich hab den Hase. Ich weiß nicht warum. Der defyte Kopf. Geil. Boah, jetzt muss ich erst mal wieder zu Kräften kommen, Leute. Das ist aber nicht lustig. Wo krieg ich eigentlich Heilung her? Kann ich ein bisschen dancen? Hilft mir das vielleicht? You can dance, everybody. You can leave your friends behind. If you don't dance and dance real für dir, dann wisst ihr, wer jetzt bescheid. Ich sag euch mal ein Hallo. Ihr habt zu tun, was ich euch sag. Ich möchte mit euch dancen, weil wir sind gestört. Und ich mag's. Under Construction Disaster Level. Okay, es kommt jetzt also nicht mehr. Aber ich nehme mir erst mal die geilen Waffen. Ja, Mann. Geiler Scheiße. Ich würde so gern mal die Kuh anschießen. Hilft mir die Kuh. Ist er jetzt tot? Ich hab die Kuh umgebracht. Wer mich nicht gewinnen lässt, der hat was davon. Ich möchte den Dumbo abschießen. Und ich möchte den dummen Fisch da abknallen. Und ich möchte den Koala besiegen. Es kann nicht sein, dass der uns hier umbringt. So, warte mal, gucken, was passiert. Bin mir nicht sicher. Der sieht irgendwie gruselig aus. So, lass mal abschießen jetzt. Ich krieg den dummen Fisch nicht. Der ist zu schnell. Ach, der haut ab, oder was? Okay, komm, wir legen uns noch mit dem Koala an. Ich hab echt Angst vor dem. Das ist so gruselig gewesen, Leute. Guckt mal. Ah, das ist so gruselig. Hilfe, das ist so unfassbar gruselig. Es ist so unfassbar gruselig. Das ist der Giant Koala. Das ist der Endboss. Oh mein Gott, der ist ja richtig stark. Soll ich den umbringen? Den kann ich ja gar nicht treffen. Hilfe. Der ist richtig gruselig, ey. Ich sag's euch. Na ja, Leute. Ich muss sagen, ich hab jetzt auch echt momentan mit der momentan Situation Mitleid Koalas umzubringen. Deswegen wollen wir das mal so stehen lassen. Wenn's euch gefallen hat, lasst den Hufen nach oben da. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich diese Koala besiege, dann möchte ich Hufen nach oben sehen. Und dann sag ich danke fürs Zuschauen. Das war eines der gestörtesten Games, die ich je gespielt hab. Und ich hab schon viel Gestörtes gespielt. Und ich sag immer, ade mit eh. War schön. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020